Leute, ich weiß einfach nicht, wie ich euch das sagen soll. Ich bin ganz unten angekommen. YouTube läuft einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich mich zu einem radikalen Schritt entschlossen. Ich verlasse hiermit offiziell die Gesellschaft. Heute sind wir Penner, Baby! Ich hätte es nicht besser sagen können. Er ist so ein lyrisches Genie. 2021 ist wahrlich ein sehr schweres Jahr für diese Welt. Manche Länder stehen komplett am Abgrund und auf Steam wurde dieses Spiel veröffentlicht. Und damit Willkommen hier bei BAM Simulator, einem Penner-Simulator. Es gibt Sätze, von denen hätte ich nie gedacht, dass ich sie ausspreche. Das ist einer davon. Das Überraschendste hieran ist nicht die Tatsache, dass das Spiel existiert, auch wenn das an und für sich genommen schon merkwürdig ist. Nein, die Überraschung hier liegt darin begründet, dass das Spiel anscheinend wirklich gut ist. Deswegen will ich jetzt nicht lange quatschen. Ich werde jetzt zum Penner. und damit Willkommen im harten Leben auf der Straße. Was? Mein Einkaufswagen heißt Carl und er kann reden. Ich bin der beste Freundin. Oh, okay. At least I was. Until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. Now we have to get my body back. Sicher. Ja. 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 Hahaha. Hahaha. Let's start with the basics. You have to eat and drink to survive. You still remember that, right? Aha. Hahaha. 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 Well, if you do, then why are you dying of thirst and hunger? Eat and drink. Basic needs. Okay, Chef. Aus Mülltonnen. Weil ich Penner bin. Um zu überleben, musst du deine Umgebung nach Essen, Trinken und Schrott durchsuchen. Oh Gott, ist das dumm. Ich arbeite dran, Chef. Neue Aufgabe, Straßenleben. Ach, du Heiliger. Also gut, ich habe keine Worte hierfür, außer potenziellen Spiel des Jahres 21. Wer weiß das schon. Okay. Nothing useful. Get used to it. Try the other ones. Ja. Keep looking. Hier ist auch nichts. Moldi-Bread. Lecker. You will eat it if you want to live. Ich mache ja schon. Okay, ich kann, geht das auch direkt? Ne, das ist dann. Fäuste hoch, Brot. Mach dich fertig. So, haust du rein. Lecker. Das heißt, wenn was unten vergraben ist, dann holen wir das so nach oben. Und natürlich ist es immer der letzte Mülleimer. Ja, ja, Brot. Whatever, just eat it. Yo. Das sollte deinen Hunger an der Baie für ein bisschen. Still, du siehst, du wirst jetzt von Dehydration sterben. Ich will gar nicht wissen, was ich trinke. Ich folge ihm mal. Es ist übrigens überraschend, wie gut das Spiel aussieht. Also, die Grafik ist gar nicht mal übel. Ich weiß nicht, warum ich so überrascht bin davon. Okay, cool. Aufmachen. Nix. Also, es ist wieder der letzte. Strap! Gut, gut. Also, Schrott. Einfach anwerfen. Oh, das hat den Platz. Strap ist nett, aber wir brauchen trotzdem etwas, um deine Wurzeln zu verhindern. Ich... Ich... Ich habe keine Worte hierfür. Durchsuchen. Halten. Und? Nichts, oder? Na. Es scheint, dass es nichts, was hier drin ist. Ich glaube, es bedeutet, dass ich meine Freunde zu verhindern. privaten Stats mit dir. Ich... Nee, oder? Achso, ich dachte schon, das nimmt eine ganz kranke Richtung. Nein, ich würde dich nicht sterben lassen. Nicht mich so wie das. Jees. Es ist alles dein, jetzt. Hilf dir selbst. Ja, dann haust du mal raus. Interagiere mit Carl, um dein Inventar zu öffnen. Das sage ich öfter mal über Spiele. Aber kennt ihr das, wenn ihr aufwacht und eigentlich schon ausgeschlafen seid? Und euch dann denkt, hey, ich drehe mich nochmal um. Ich penne nochmal in mir so 30 Minuten. Dann dreht ihr euch um. Schlaft nochmal ein und habt die merkwürdigsten Träume. Einfach richtig abgefahrenes Zeug. Was ihr danach auch niemandem erzählen könnt, weil es euch keiner glauben würde. Genau das ist dieses Spiel. Glauben hin, glauben her. Glauben kannst du in der Kirche. Das hier ist die harte Realität der Straße. Deswegen trinke ich jetzt was. Hm. Und weißt du was, wenn ich schon hier bin, gönne ich mir noch einen Hotdog. Dann ist alles wieder voll und mir geht's bestens. Wunderbar. Okay, Pal, wenn wir mein Körper zurückbekommen wollen. Müssen wir einbrechen. Und dein Gehirn. Die Hälfte davon. Okay. Du bist der Pigeon-Meister. Der Meister der Tauben. Wie der Typ aus John Wick. Okay. Wir zerquetschen sie. Ja, da ist es. Und das heißt, wir machen hier noch, keine Ahnung, Call of Bump Penna Warfare oder was. Ich fahr jetzt mal mit Karl. Äh, okay. Das heißt, das ist mein Fortbewegungsmittel in diesem GTA für Obdachloser. Ich hab sogar Wegpunkte. Steht da Clocks? Ich hoffe, da steht Clocks. Ja, ich arbeite ja dran. Das ist... Ich kann nicht aufhören, ab und zu mal innezuhalten. Und einfach die Umgebung einzusaugen. Also hier haben wir Friendly Fire. Die verkaufen Feuerstellen. Dann gibt es eine Firma, die heißt Evil Way. Der Publisher hiervon heißt Playway. Und ja, die wenigstens halten die Leute für mich an. Hier, pass auf, komm. Fährst du zu? Ich bin ja nur ein Penner. So, hi. Wer bist du? Das ist der Spion. Verfügbare Aufgaben sind mit Buchstaben auf deiner Karte, MyKill. Wie in GTA. Nur mit... Mehr Körpergeruch. Okay. Betritt die festgelegte Gegend und mit der Aufgabe zu beginnen. Wie in GTA. Nur mit mehr Körpergeruch. So, ich find das voll geil. Also jetzt mal No Cap. Ohne jede Mütze auf dem Kopf. Das ist voll sick. Also es ist kompletter Schwachsinn. Aber es ist gut optimiert. Es läuft flüssig. Es sieht gut aus. Die Synchro ist gut. Es ist lustig, wenn man auf den Humor steht. Also objektiv betrachtet, ist das bis jetzt kein schlechtes Spiel. Alles klar, Mr. Penner-Spion. Was geht ab? Kollege. Hier ist er. Hey, Bugface! Insider, hä? Schau, bleib da. Schau, schau, den anderen Weg. Ich mach das. Es ist einfach. Es ist einfach. So kann ich das Gespräch machen, ohne dich zu schocken. Was? Nichts. Lass uns auf das Geschäft gehen. Ich brauche etwas Informationen. Ich weiß, warum du gekommen bist. Du hast die Pigeon in der Stadt verbringst. Ich weiß, wo sie einen von ihnen verbringst. Aber es wird dir ein sehres Geld kosten. Das ist ja ein Vermögen. Jetzt gehen wir Geiern. Tutorial. Alles klar. Neue Aufgabe, deine ersten 10 Dollar. Der Glücksbecher. Fähigkeitsmenü. Und dann gibt es den Battle-Modus. Ach, du heilig. Jetzt kann ich was malen. Ich wollte gerade was malen. Das Ding ist, das ist nicht unbedingt YouTube-freundlich. Es ist klar, was ich malen will. Ich muss es nicht sagen. Das geht jetzt nicht. Ich brauche irgendwas anderes. Was kann ich da drauf malen? Das ist doch halbwegs gut, oder? Ich habe mir gedacht, eine Aufforderung, ein Call to Action wäre hier angebracht. Also bin ich gegangen mit Bitch, gib Geld. Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen hat nicht mehr hingepasst. Und hier unten ist die Schrift auch ein bisschen kaputt gegangen. Aber ich denke, das ist eine A+. Nice. Ja, das ist sehr gut verständlich. Okay, jetzt gehe ich einfach hin und wedle denen den Becher vor dem Gesicht rum. Das ist, wie es jetzt läuft. Ich liebe dieses Spiel. Das ist genau ein Leben für mich. Yo. Volk raus. Siehst du, es funktioniert. Wie viel hat er mir gegeben? 26 Cent. Nur 26 Cent? Da brauche ich aber mehr, du. Dief nie. Yo, Officer. Wird er mich verhaften, wenn ich das... Ja, wird er wahrscheinlich. Ist er auf der Karte mir gehört, deswegen spare ich mir das. Ey, oh, Jungs. Ich weiß, ihr hängt hier rum und verprügelt mich vielleicht, aber gib mal Geld raus. Wieder nur so um die 50 Cent. Okay, das könnte sich ziehen. Und das müsste es gewesen sein. Ja, 10, 38. Jo, das hat jetzt gedauert, aber wenigstens ist meine Message rübergekommen. Das freut mich. So, gönn dir. Ja, 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 ja. Okay. Wegen der Taube. Das war die erste Quest. Es geht um eine Taube, by the way. Ich will das nur nochmal... Damit alle auf derselben Seite von diesem komischen Buch sind. Es geht um eine Taube. Wenn ich hiermit fertig bin, bin ich dümmer. Also, noch dümmer als vorher. Oh, hi. Oh, hi. Sehr gerne. Außerdem, was macht die Taube? Ich habe eine Taube, und ich so was machen sehe. Das ist keine Taube. Toll. Guter Deal. Und wie mache ich das? Tee. Das geht einfach so. Das ist einfach eine Taste. Nee, das ist nichts, was geht. Das ist... Was ist los? Ja, kommst du mal ran. Auf die Fresse, Kollege. Oh, warte, hier. Hier, das kannst du haben. Hier. Oh, aus der Reihen. So, Taube, komm zurück zu Papa. Gott, ey. Yo, was geht? Okay. Right now, this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her. Jeez. Can't assume genders these days. Anyways. Spiel. Dünnes Eis. Die Taubenfrau. Ja, warum hast du den Flair in der Hand? Ist das hier der Fanblock Ost, oder was ist los? Ich Mit der Taubenfähigkeit muss ich ihn jetzt schlagen Heißt das, ich kann die Tauben abrichten Um Leute anzugreifen Oh, mein Name ist Brain Ja gut, an dem Punkt wundert mich gar nichts mehr Shuriken Okay, der Taubenschuriken Mhm Ich kann die Taubenschuriken machen, um es schneller zu fliegen zu fliegen Was? Hä? Hä? Headshot Oh Oh Thanks, pal Let's fly Bring die Taube zur Taubenfrau Kann ich den Puff Kann ich den nur looten? Nee, kann ich nicht Aber das hier ist, was du bekommst Na gut, dann fahren wir mal eine Runde Am besten direkt über den Idioten drüber Ich mach mal einen Boost Ach Komisch ist bei dem Spiel nicht mehr komisch Was ist denn hier los? Gibt's Ärger? Pigeon and you Bugs for life Ist das ein Heavy? I can't believe she kicked us out I was sure she won't buy it Crazy old hag It's you How did you Never mind Die Zähne Bugs Swarm him And take him out Watch out Big Bugs Swarm him out of pack of punch Okay, pass auf Ja, 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 ja Ich spam das einfach Und dem Großen renne ich davon Klingt wie eine Idee, oder? Komm Stunlock Wir stunlocken den in die Hölle Bums, das war's Easy Ich bin zu schnell für euch Ich bin ein Ninja Ein Obdachloser stinkender Ninja Aber Immer noch Ein Ninja So, die Taubenfrau Go on I'll stay on the lookout In case more Bugs show up Beside She's way too boring I mean Way too spiritual For my taste Alles klar Was? Warte, 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 was, was, was Ich dachte, sie wäre einfach nur Die komische alte Frau Die trägt wirklich ein Taubenkostüm Bin ich hier in einem merkwürdigen Twitch-Stream? Blonde, I'm no sea, friend My pigeons already told me What those pesky bugs did Let me look at your bird Nee, bitte nicht Oh, what a sorry sight It used to be so huge Now it is so small I'm talking about its spirit It's tiny and scared Poor thing lost its home Got separated from its master Was held hostage Yo However All is not lost With enough rest and care Its pigeon spirit will become Big and strong again You need to rebuild your pigeon group Only then will you be able to bring Your birds back to their full potential Unfortunately I can't help you with this quest As it requires parts and skills Beyond my reach However My winged friends whisper something About a certain entertainer And his scrapyard He might be able to help you Unmark his whereabouts on your map Please Visit me whenever you need seeds and gifts For your precious pets Okay Let's do it Why is she so loud auf einmal Send out my friends In search of your lost birds Free of charge Cool For all time's sake Was macht das? Vogelkäfig Und ich hab natürlich Charakterpunkte Weil logisch Es gibt auch noch Skills Oh, soll ich das hier machen? Mehr Erfahrungspunkte Dann hab ich das Upgrade direkt Und level dann schneller auf Das ist doch sinnvoll Oder? Das ist glaub das Beste Was man am Anfang machen kann Einfach mehr XP Hier rausholen Ja, ich nicht so Ich, äh Wobei, weißt du was? Ich lass Carmen mal kurz hier Ach, der liegt immer noch hier Ich lass Carmen mal kurz hier stehen Und, ähm Das wollte ich gar nicht Gönn mir mal Ein paar Mülltonnen Weil ich hab Durst Und ich will jetzt nicht Karls Notfallvorrat Irgendwie Ankratzen Sondern mir vielleicht Selber was Holen Guano und Gurkensamen Das ist widerwärtig Was ist hier los? Okay, ein reicher Mann Nebenmissionen? Fragezeit Wenigstens ist er ehrlich Und wie? Ist das jetzt Ein Speedrun? Wirklich, jetzt Drei Minuten Dreißig Anzugträger Zählst du als Anzugträger? Ja, tut er Okay Das ist Komplett bescheuert Aber irgendwie Passt es besser Als alles andere In dieses Spiel Was zum Teufel, Mann Ich hab grad die Polizei Auf mich gezogen Es funktioniert gefühlt Auch wie in GTA Die kommen dann Und untersuchen Den letzten Bereich Wo ich gesehen wurde Okay, zwei Leute noch Dann ist dieser Schwachsinn vorbei Die sind Überraschend schwer zu finden Teilweise Ey, willst du kämpfen? Willst du aufs Maul? Ich kann dir geben Verschwinde Und das war's Yay Beendet Geschmacklose Zuschaustellung von Macht Oh oh Die Cops Die Cops Der ist direkt hinter mir Ne, 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 alles gut Alles gut Ich hab nix gemacht Ich wollte nur ein bisschen Geld Ich hab 26 Dollar Ich bin ein reicher Mann Abmarsch, Abmarsch Weg hier Code 3 Wurde grad jemand überfahren? Och du Heiliger Wir haben einen Notfall Hatten sie an Bewusstlose Person Ach du je Ähm Hier Du warst es Schnell weg Ja lol Ähm Werde ich hier gerade Zeuge von Entführung? Moment mal Moment mal Warte mal Stopp 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 Halt Halt Ich muss diese Frau retten Oder auch nicht Sie fährt jetzt in den Sonnenuntergang Ja weißt du was Ich kaufe mir einfach eine Dose Limo Für 1,47 Ist ja ein Schnäppchen Und damit ist mein Trinken ja auch Instant wieder voll Es geht mir prächtig Ich lebe das High Life Ich hab grad Limo aus einer Dose getrunken Und nicht aus einer Pfütze Alles klar Leute Das war's hier für dieses Mal Bei Bum Simulator Schreibt mir gerne hier unten drunter Ob ihr mehr davon sehen wollt Jetzt ohne Witz Ich find das super Ich find Das ist lustig Es ist Zu einem gewissen Grad Auch broken Wie da jetzt das Auto Mit der Frau auf der Motorhaube Weggefahren ist Man kann Kompletten Schwachsinn machen Das ist glaubt genau mein Spiel Wie immer Vielen Dank fürs Zusehen Wenn's euch gefallen hat Habt ihr Erlaubnis Den Like Button aufs Malz Und lasst mir gerne ein Abo da Für mehr Videos wie dieses hier Und wir sehen uns im nächsten Video von mir Bis dahin macht's gut Und ciao Alles klar Ich hab am Anfang gedacht Das wird voll der Reinfall Das hier ist awesome